Musik Russland TV, Russland hören und sehen! Musik Im Gebiet Moskau stand in dieser Woche die Landesweidermeisterschaft im Fallschirmspringen auf dem Programm. Musik Neben dem russlandweiten Vergleich dient die Veranstaltung auch der Vorbereitung eines grösseren Projekts. Denn 2013 wollen die Fallschirmsportler Russlands einen neuen Weltrekord aufstellen, in der Disziplin des Massensprungs mit gemeinsamer Figur. 500 Springer sollen dann gemeinsam starten und eine Formation in der Luft bilden. Fleißig wird deshalb trainiert in den nächsten beiden Jahren und gerade die aktuelle Meisterschaft bietet Gelegenheit dazu. Musik So steht dieses Mal nicht nur die Konkurrenz im Mittelpunkt, sondern auch die Zusammenarbeit im Team. Denn für den Weltrekord müssen zwangsläufig russlandweit die besten Sportspringer zusammenarbeiten. Musik Musik So steht dieses Mal nicht nur die Konkurrenz im Mittelpunkt, sondern auch die Konkurrenz im Mittelpunkt. So steht dieses Mal nicht nur die Konkurrenz im Mittelpunkt, sondern auch die Konkurrenz im Mittelpunkt.